also eigentlich habe ich mehr gespielt als der glaube ich außer von superman sieben andere chance gehört könnte auch sein die 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 ich nicht nicht Und tschüss. Bäh, ich bin rein gepackt. Bäh, ich bin rein. Und tschüss. Mit den Ohren rausgeschossen. Digga, der hat man mit Finn gegeben, der hat keine Ahnung von Combos, der hat einfach nur gespammt und Finn macht den Rest. Anscheinend ist Finn relativ strong. Digga. Weißt du, wenn man Tank ist, also der Supporter, dann fliegt man nicht so weit. Weil du bist ja schwerer im Prinzip. Ah, das ist in Smash wie auch so? Ja, Smash hab ich nie gespürt, das kann ich nicht sagen. Also ich bin ehrlich, Wonder Woman, ein Solo-Ass. Also finde ich. Kann sein, dass es... Bitte wirf mich nicht raus. Er hat mich rausgewerfen. Aber wir sind jetzt gleich auf und er hat schon 82 Prozent. Also... Ich glaube, es ist Win-Ever. Er kommt mich aber grad. Hä? Zieh doch durch. Gib mir einen auf den Dötz. Habs. Let's go! Skussku! Meine ersten zwei Solo-Runden gewonnen. Ich hab meine erste Solo-Runde verloren. Schade, Digga. Was hier, Digga? Kann ich dich einladen? Äh... Warte gleich. Also...